Bist du Fotograf? Kannst du mal schnell ein Foto machen? Hast du schon mal einen Tischler auf der Straße gefragt, ob er eine Kreissäge mit hat? Du brauchst nur mal schnell einen Schrank. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Bist du Fotograf? Kannst du mal schnell ein Foto machen? Eine Reflexion über Wahrnehmung und Wertschätzung kreativer Berufe. Fotografen werden oft in unerwarteten Momenten mit der Bitte konfrontiert, mal schnell ein Foto zu machen. Diese Frage scheint auf den ersten Blick harmlos, doch sie offenbart eine tiefergehende Problematik. Die unterschiedliche Wahrnehmung und Wertschätzung von kreativen Berufen. In der modernen Gesellschaft, in der jeder mit einem Smartphone ausgestattet ist, wird Fotografie häufig als einfach oder beiläufig betrachtet, obwohl sie in Wirklichkeit eine komplexe Kunstform und ein anspruchsvolles Handwerk ist. Warum wird Fotografie oft unterschätzt? In einer Welt, in der fast jeder Zugang zu einer Kamera hat, neigen viele dazu, die Fähigkeiten eines Fotografen zu unterschätzen. Der Gedanke, dass ein professionelles Foto schnell und mühelos entstehen könnte, entwertet das Fachwissen und die Erfahrung, die hinter einer qualitativ hochwertigen Aufnahme stecken. Es ist nicht nur das technische Know-how, das einen Fotografen auszeichnet, sondern auch das Auge für Komposition, Licht und Timing. Ein gutes Foto ist das Resultat einer perfekten Symbiose aus Technik und Kunst. Diese Überzeugung, dass Fotografie einfach sei, führt zu einer verbreiteten Haltung, dass Fotografen mal schnell ihre Kamera zücken können. Das steht in starkem Kontrast zu Berufen wie Tischlern oder Mechanikern, bei denen die Menschen selten erwarten, dass deren Dienstleistungen ohne Planung oder Aufwand erbracht werden. Die Kunst der Fotografie – mehr als nur ein Schnappschuss Fotografie ist eine kreative Kunstform, die es ermöglicht, Momente für die Ewigkeit festzuhalten. Das Handwerk des Fotografierens erfordert jahrelange Übung und Weiterbildung. Von der Beherrschung der Kameratechnik bis hin zur Feinabstimmung der Nachbearbeitung – Fotografie ist ein Prozess, der Hingabe und Präzision erfordert. Die Frage, kannst du mal schnell ein Foto machen, ignoriert diese Aspekte völlig. Sie nimmt an, dass das bloße Vorhandensein einer Kamera ausreicht, um ein großartiges Bild zu machen. Tatsächlich ist Fotografie jedoch viel mehr als das bloße Drücken eines Auslösers. Es erfordert Planung, Vorbereitung und oft auch den Einsatz von professionellem Equipment, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Vergleich – Fotograf vs. Tischler Der Vergleich zwischen einem Fotografen und einem Tischler verdeutlicht die unterschiedliche Wahrnehmung von kreativen und handwerklichen Berufen. Niemand würde auf die Idee kommen, einen Tischler auf der Straße zu fragen, ob er mal schnell einen Schrank baut. Warum also erwarten wir von einem Fotografen, dass er ohne Vorbereitung ein hochwertiges Foto liefert? Dies zeigt, wie stark kreative Berufe häufig entwertet werden. Während das Handwerk des Tischlers als materiell und offensichtlich anerkannt wird, scheint die Arbeit des Fotografen oft unsichtbar zu bleiben. Die Rolle der sozialen Dynamik Wenn jemand einen Fotografen um ein schnelles Foto bittet, spielen auch soziale Dynamiken eine Rolle. Häufig fühlen sich Fotografen verpflichtet, dieser Bitte nachzukommen, selbst wenn sie sich unwohl dabei fühlen. Gerade in sozialen Situationen wie auf Partys oder bei Familienfeiern wird die professionelle Grenze oft verschwommen und Fotografen finden sich in der Rolle eines Dienstleisters wieder, obwohl sie als Gäste anwesend sind. Tipps für den respektvollen Umgang mit Fotografen Realistische Erwartungen haben Verstehe, dass Fotografie Zeit, Planung und technische Expertise erfordert. Ein schnelles Foto kann selten die gleiche Qualität haben wie ein professionell geplanter Auftrag. Respektiere die Grenzen Fotografen sollten nicht automatisch als Dienstleister betrachtet werden, besonders in sozialen oder privaten Situationen. Frage höflich und mit Wertschätzung Wenn du einen Fotografen um ein Foto bittest, tue dies mit dem Bewusstsein, dass es sich um eine professionelle Dienstleistung handelt, die normalerweise angemessen entlohnt wird. Biete eine angemessene Bezahlung an Wenn du wirklich hochwertige Fotos erwartest, sei bereit, für die Arbeit zu zahlen. Verstehe den Unterschied zwischen Hobby und Beruf Nur weil jemand gerne fotografiert, bedeutet das nicht, dass er es immer und überall tun möchte. Schätze die künstlerische Vision Ein Fotograf bringt seine eigene kreative Sichtweise in ein Bild ein. Gib ihm Raum, diese Vision umzusetzen, anstatt nur ein schnelles Foto zu verlangen. Respektiere die Ausrüstung und Zeit Professionelle Fotografie ist mit erheblichen Investitionen in Ausrüstung und Zeit verbunden. Das wird oft übersehen. Kommunikation ist der Schlüssel. Wenn du wirklich ein Foto möchtest, kommuniziere klar, welche Erwartungen du hast und verstehe, dass der Fotograf möglicherweise andere Prioritäten hat. Verstehe den Wert von Nachbearbeitung Ein großartiges Foto entsteht nicht immer in der Kamera. Oft ist die Nachbearbeitung genauso wichtig. Erwarte nicht, dass ein Foto sofort fertig ist. Fördere die Wertschätzung kreativer Arbeit. Wir alle können dazu beitragen, die Wahrnehmung kreativer Berufe zu verbessern, indem wir ihre Arbeit respektieren und schätzen. Fotografie in der digitalen Welt In der heutigen Zeit, in der fast jeder Zugang zu einem Smartphone hat, wird die Kunst der Fotografie oft entwertet. Die wahre Kunst der Fotografie besteht jedoch darin, Momente aus einer einzigartigen Perspektive einzufangen. Ein professionelles Foto erzählt eine Geschichte, fängt Emotionen ein und bleibt als Erinnerung für die Ewigkeit. Trotz der allgegenwärtigen Technologie bleibt das Talent eines Fotografen unverzichtbar, um wirklich beeindruckende und bedeutungsvolle Bilder zu schaffen. Während die Frage, kannst du mal schnell ein Foto machen, auf den ersten Blick harmlos erscheinen mag, offenbart sie tiefere gesellschaftliche Probleme in Bezug auf die Wertschätzung kreativer Berufe. Indem wir den Wert von Kunst und Handwerk gleichermaßen anerkennen und respektieren, können wir zu einem besseren Verständnis der Arbeit und des Talents beitragen, die hinter jedem Bild stecken. Mehr im Buch kreativ fotografieren und filmen mit dem Smartphone für Fotos und Videos, Smartphone-Fotografie, Profi-Tipps mit dem Handy für Freizeit, Hobby und Business auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert.